Hallo liebe Gründungsinteressierten da draußen! Herzlich Willkommen! Ich hoffe, ihr freut euch schon genauso auf diese Session wie ich. Heute möchte ich euch den Kundennutzen und den USB, den sogenannten Munich Selling Point, sehr prominent in den Vordergrund stellen. Das letzte Mal haben wir einen tollen und plakativen Geschäftsmodell-Rahmen, das sogenannte Business Modell Canvas kennengelernt. Kannst du dich noch an die Anzahl der Felder und die Beschreibung von diesen erinnern? Beginnt man mit dem Ausfüllen eines solchen Business Model Canvas, stellt sich die Frage, wo und mit welchem Feld ich beginne. Das Schöne dabei ist, es ist egal, ihr könnt beginnen, wo auch immer ihr möchtet, da der ganze Erschaffungsprozess iterativ und vor allem zusammenhängend ist. Ihr solltet die Elemente und deren Wechselwirkungen erkennen und die Felder gegebenenfalls adaptieren. Allerdings hat es sich bewährt, mit dem Herzstück zu beginnen, mit dem Produkt oder der Dienstleistung, die ich her- oder bereitstellen möchte. Also dem Wertversprechen, das ich meinen Kunden gebe bzw. für meine Zielgruppen herstellen möchte. Ich nenne das Ganze auch Kundennutzen vs. USB. Welchen Nutzen bzw. Wert stelle ich für meinen Kunden her? Und welches Alleinstellungsmerkmal zeichnet mein Produkt oder meine Dienstleistung aus, damit der Kunde es erwerben möchte? Hier wieder eine Aufgabe für dich. Nimm ein Blatt Papier und mach dir ein paar Gedanken darüber, was die beiden Begriffe Kundennutzen und USB für dich bedeuten. Auch wenn diese Übung auf den ersten Blick eine sehr einfache zu scheinen seint, ist sie meiner Meinung nach wirklich essentiell. Der Kundennutzen. Welchen Nutzen stifte ich für meinen Kunden? Welchen Vorteil hat er daraus, dass er mein Produkt oder meine Dienstleistung erwirbt, konsumiert oder bedient? Der USB. Das Alleinstellungsmerkmal. Was zeichnet meine Leistung aus? Was unterscheidet sie? Ist es eine Funktion? Ist es der Preis? Ist es die Technologie? Was hebt meine Leistung, also mein Produkt oder meine Dienstleistung, von der der Mitbewerber ab? Was glaubst du, wie wichtig ist es für das Erreichen deiner unternehmerischen Ziele, genau jene Leistung so herzustellen, dass sie der Kunde oder der potenzielle Kunde haben möchte? Und was glaubst du, wie schlägt sich das alles auf dein persönliches und auf dein unternehmerisches Risiko wider? Daher ist es sehr wichtig, dass du deinen Kunden verstehst. Du solltest wissen, wer ist mein Kunde, was möchte er gelöst haben und was ist sein Bedürfnis? Wie wird denn dieses Bedürfnis aktuell am Markt gestillt? Wie möchte der Kunde es denn gestillt haben und warum sollte er dein Produkt wählen? Wie sieht der Zielmarkt und der potenzielle Zielmarkt aus? Du siehst, es gibt hier schon wieder eine Vielzahl von Fragen, die alle beantwortet werden wollen. Wichtig dabei ist, liebe Gründer und Gründerin, generiert genau den Wert, den euer Kunde haben möchte. Nicht mehr und nicht weniger. Gerade am Anfang ist das sehr wichtig. Und noch einmal zusammengefasst und doppelt unterstrichen. Der Kundennutzen, welchen Wert generierst du für deine Kunden? Und der USB, welches Alleinstellungsmerkmal zeichnet dein Produkt aus? Es gibt eine Vielzahl von Methoden, die euch dabei helfen, den Kundennutzen und den USB herauszuarbeiten. Eine gute Übersicht und einen Überblick werdet ihr im nächsten Video erhalten. Heute möchten wir uns mit einem speziellen Tool auseinandersetzen. Auch Osterwalder und Pinieur haben sich diese Fragen gestellt und stellen das Ganze unter dem sogenannten Value Proposition Canvas vor. Sie zoomen dabei in das bereits bekannte Business Model Canvas und bilden das Nutzerversprechen in der sogenannten Value Map und die Informationen über den Kunden im Customer Profile ab. Beginnen wir mit dem Customer Profile. Dies wird in drei Blöcke geteilt und beschäftigt sich mit folgendem. Erstens, die Kundenjobs. Diese beschreiben, was die Kunden in ihrer Arbeit und ihrem Leben erledigen möchten und dies ausgedrückt in deren eigenen Worten. Zweitens, die Gewinne. Hier werden die konkreten Vorteile, die sich der Kunde als Ergebnis erwartet, beschrieben. Drittens, die Probleme. Hier beschreibt man schlechte Ergebnisse, Risiken und Hürden in Bezug auf diesen Kundenjob. Alles, was ihn bei der Erledigung seines Jobs ärgert. Und hier müsst ihr bedenken, dass es unterschiedliche Customer Profiles gibt. Denkt an eine junge Mutter, an einen Teenager und ein verliebtes Pärchen. Diese drei Customer Profiles würden sich unter Umständen ein unterschiedliches Restaurant aussuchen, in dem sie gerne essen gehen würden. Dies könnt ihr analog für euer Produkt und Geschäftsidee anwenden. Die Value Map ist wiederum in drei Teile gegliedert und bildet folgendes ab. Erstens, die Produkte und Services. Hier werden alle Produkte und Services aufgelistet, die ich erstellen möchte, also die mein Value Proposition oder auch mein Nutzerversprechen generieren. Zweitens, die Gewinnerzeuger. Sie beschreiben, wie Produkte und Services die zuvor beschriebenen Kundengewinne erzeugen. Und drittens, die Problemlöser. Beschreiben, wie die Kundenprobleme gelöst oder zumindest gemindert werden sollen. Ich darf euch hier auch als Referenz den Value Strategizer anbieten, der wie folgt eingeblendet wird. So, liebe Gründungsinteressierte, das war's. Ich hoffe, ihr habt euch dick und fett hinter die Ohren geschrieben, wie wichtig der Kundennutzen und der USB für euch und eure Unternehmung ist. Das nächste Mal bekommt ihr eine bunte Vielfalt an Methoden, die euch noch einmal mehr helfen und helfen wollen, den Kundennutzen herauszustreichen. Bis dahin, alles Liebe und eine gute Reise.